Nirgends da hier schon, fragt Pete Smeet. Wie reagiert ihr, wenn ihr seht, dass ihr heimlich aufgenommen werdet? Das ist natürlich eine Frechheit, wenn man heimlich aufgenommen wird, muss man sagen. Und Demonstration finde ich das auch nicht cool, wahrscheinlich so wie jeder andere auch. Ich meine, wer findet das schon geil, wenn heimlich die Kamera auf ihn gerichtet wird? Aus dem Aspekt, verärgert würde ich sagen. Wie reagiert ihr, wenn ihr seht, dass ihr heimlich aufgenommen werdet? Und verärgert? What the fuck? In der Regel recht normal. Ich tue einfach meistens so, als würde ich es nicht merken, außer es ist eine unangenehme Situation. So, wo dann meine Freundin bei ist, dann würde ich was sagen. Aber das ist bisher noch nicht passiert. Meistens werden irgendwie im Zug dann mal heimlich Fotos gemacht, um dem Sitznachbar zu zeigen. Ey, guck mal, das ist der. Also ich glaube, grundsätzlich findet das keiner cool, irgendwie einfach so gefilmt zu werden. Ähm, aber wenn's irgendwie beim Shoppen an der Kasse wäre oder also bei was ganz Banalem irgendwie, wo man alleine ist oder so, dann peng, juckt mich das nicht, weil ist nix Schlimmes. Aber wenn ich zum Beispiel mit meiner Familie unterwegs bin oder mit meiner Freundin oder keine Ahnung so, ähm, halt private Sachen. Da finde ich das, glaube ich, nicht cool. Und dann würde ich demjenigen das auch konkret sagen, beziehungsweise im Zweifel, ähm, wenn jemand auf die Idee kommt, das natürlich hochzuladen, ähm, dann melden und dagegen vorzugehen. Weil sowas ist eigentlich nicht cool. Macht man nicht.